Musik Musik Herzlich Willkommen zu unserer Andacht. Musik Unsere Andacht heute ist anders. Anders als unsere Online-Andachten bisher. Nicht, weil wir wieder in den Kirchen Gottesdienst feiern könnten und dies tun, sondern weil wir als diejenigen, die diese Andachten vorbereiten, auch einmal eine Pause brauchen. Musik Keine Pause, die bedeutet, dass wir gar nicht miteinander feiern können, sondern einfach eine Pause, die bedeutet, dass wir heute anders feiern und dass ich sie mit hineinnehme in unsere Gedanken, in unsere Überlegungen, in ein Feiern, gerade jetzt und hier, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Gott, schenke uns an diesem Tag die Kraft, die wir brauchen. Die Gedanken, die uns auf deinem Weg sein lassen. Den Geist, der uns Gemeinschaft sein lässt, in der Nähe und in der Ferne. Die Liebe, die uns verbindet. Und der Trost, der kommt, wenn wir traurig sind. Die Stärke, die uns Kraft schenkt, wenn wir uns schwach fühlen. Und die Versöhnung, falls streitet dabei. Du sei in Vollkommenheit und so wie wir es aufnehmen können. Ganz nah, lebendig nah. Amen. Du Gott, stützt mich, du Gott, stützt mich, du Gott, machst mir Mut. Du Gott, stützt mich, du Gott, machst mir Mut. Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Er ist es, von dem wir unsere Kraft bekommen. Er ist es, der uns die Quelle ist. Er ist es, aus dem wir unser Leben beziehen. Und er sagt nicht, kommt alle in unseren Kirchen zusammen und nur dort werdet ihr meine Kraft empfangen. Sondern er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und ich verstehe es so, dass wir seine Kraft dort empfangen können, wo wir immer auch sind. Natürlich finde ich es schön und gut, wenn wir als Christinnen und Christen in unseren Kirchen oder Gemeindehäusern drinnen oder draußen zum Gottesdienst zusammenkommen können. Ich freue mich, wenn ich mit anderen singen und wenn ich mit anderen beten kann. Ich freue mich, wenn ich durch einen Blick, durch ein Lächeln, durch ein in die Augen schauen, die Nähe zu einem anderen Menschen besonders spüren kann. Es tut mir gut, wenn mich jemand in den Arm nimmt oder wenn ich jemand in den Arm nehmen kann. Aber unsere Zeiten sind im Moment anders. Und auch wenn sich nach und nach Öffnungen ergeben und wir uns nach und nach daran freuen können, dass all das, was wir an Entbehrungen bis jetzt auf uns genommen haben, dazu beigetragen hat, dass dieser Virus, der im Moment herum geht, in unserem Land nicht solche gravierenden Folgen hatte wie woanders, ist er weiter da. Und deshalb gilt es im Moment weiterhin Abstand zu haben. Es gilt weiterhin, Entbehrungen auf sich zu nehmen und sich an manches auch zu halten und Einschränkungen noch zu tätigen, obwohl wir es vielleicht anders dürften. Einfach, weil es vernünftig ist, weil es dem Leben dienlich ist und weil wir gerade dort ganz lebendige Reben an dem Weinstock Jesu Christi sein können. Das ist nicht einfach. Für sie nicht und für mich nicht. Es ist nicht einfach, mit den Gegebenheiten, von denen wir heute nicht wissen, wie sie morgen aussehen, Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht einfach, Menschen nicht sehen zu können, die wir lieben. Und trotzdem versuchen wir alle mit unserem Verstehen, mit unserem Begreifen, das Nötige zu tun. Mit unserer Kraft. Indem wir dann das bereitstellen, was wir können. Zum Beispiel Online-Andaten, miteinander verbunden an unterschiedlichen Orten, Gottesdienst feiern, anders, aber eben doch verbunden. Manchmal aufgeschrieben und dann vorgelesen, ausgereift und manchmal aus dem Stehgreif, so wie jetzt. Ich wünsche uns, dass wir weiterhin gut auf dem Weg bleiben. Ich wünsche uns, dass wir, dass viele Menschen vom Tod und von der Krankheit verschont bleiben. Ich wünsche uns, dass wir einander Trost geben können, wo es anders ist. Ich wünsche uns, dass wir irgendwann wieder voller Freude in unseren Kirchen und draußen ganz real uns sehend und in den Arm nehmend Gottesdienst feiern können. Ich wünsche uns, dass wie es auch ist, wir Gott als unsere Kraft auf dem Weg erleben und einander Halt geben. Unser Gott, so sei du unsere Stärke. Sei du unsere Kraft. Sei du die Liebe, die in uns strömt und aus uns heraus. Sei du die Pause, die du uns gönnen magst, wann immer wir sie benötigen. Sei du das Licht auf unserem Wege und für die Welt. In der Stille bringen wir dir, was uns gerade besonders auf dem Herzen liegt, worum und für wen wir dich bitten wollen. Und mit den Worten Jesu Christi beten wir gemeinsam Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Herr, wir bittern, komm und segne uns, lebe auf uns deinen Frieden. Segen, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. in die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. sein. Herr, wir bittern, komm und segne uns, lebe auf uns deinen Frieden. Segen, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden. Wer nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Herr, wir bittern, komm und segne uns, lebe auf uns deinen Frieden. segne und halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen. Herr, wir bittern, komm und segne uns, lebe auf uns deinen Frieden. Segnend, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. herr singlet, bis Uhr. sich unter noch Bis nun, bis Jahr, bis Jahr, bis Jahr. Vielen Dank.